Hi, ich bin die Dakota. Hi, und ich bin die Emily. Und wir haben ein Problem. Wir wissen nicht weiter und wir brauchen Hilfe. Ganz dringend, das ist... Und eigentlich haben wir Angst. Eigentlich haben wir Angst, Leute. Weil, guckt mal unsere Pferde an. Pferde, wo sie waren. Komm, komm, Emily. Und unsere Pferde, Leute, unsere Pferde, sie... Ich trau mich nicht. Ich auch nicht. Unsere Pferde, sie sind verhext worden. Seht ihr das? Irgendwas ist hier am Steinkreis passiert. Und ich verstehe es einfach nicht. Wir wollten doch nur picknicken, Emily. Wir wollten picknicken. Und jetzt sind unsere Pferde... Geisterpferde. Emily, was machen wir jetzt? Wir sollten den Einsiedler fragen. Der kennt sich hier besser aus als wir. Das stimmt, das stimmt. Das könnten wir machen. Aber ich... Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Ich... Oh nein! Oh, 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 oh. Okay, unsere Pferde, die sind auch so ein bisschen komisch. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben auch Angst. Ich glaube auch. Weil wir haben ja... Also fühlt sich das bei dir auch so an? Oh nein! Oh, oh mein Gott. Wir sind auch noch jetzt irgendwo runtergefallen. Mein Pferd hat sich die Nase angedötzt. Aber hat unser Pferd noch eine Nase, Blackie? Ich bin mir nicht sicher. Es fühlt sich aber so an. Ich weiß es nicht. Also, also... Der Ast sagt ja. Wo müssen wir eigentlich... Ich habe mich verlaufen. Hilfe. Komm, Emily. Hier hinter. Hier ist der Einsiedler. Lass uns schnell gehen. Wir brauchen dringend Hilfe. Einsiedler, Einsiedler. Wir brauchen deine Hilfe. Unsere Pferde, unsere Pferde. Sie wurden verwunsten. Kannst du uns bitte helfen? Bitte. Bitte. Hilfe. Verstehst du, was er sagt? Ich weiß nicht. Ich glaube, er sagt, wir sollen um den Steinkreis reiten. Und wir müssen zu der Göttin der Nacht beten. Die Göttin der Nacht. Dann gibt sie unseren Friesen die Schwärze zurück. Die Göttin der Nacht. Das könnte es sein, Emily. Das könnte es sein. Lass uns gehen. Danke, lieber Einsiedler. Danke für deine Hilfe. Aber bist du dir sicher, dass das funktioniert? Wir probieren das jetzt. Wir rennen jetzt da so lang um den Steinkreis, bis es klappt. Emily? Mein Pferd spielt vollkommen verrückt. Oh nein. Wir haben sie verloren. Wo sind denn die Steine? Nein. Hallo, ich bin hier direkt vor dir. Emily? Wir sehen dich nicht mehr. Da bist du. Wir sind ein bisschen hysterisch. Aber wer wäre nicht hysterisch, wenn sein Pferd so aussieht? Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, ich sehe dich durch mein Pferd hindurch. Da muss ich auch noch lachen mit dir, Emily. Aber das stimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, aber was hat er gemeint? Müssen wir unten rum oder rechts rum? Ich weiß nicht. Wir probieren einfach beide Richtungen aus. Okay, wir fangen... Eigentlich sind die andere. Okay. Los geht's. Komm, Royal. Wir schaffen das. Wie viele Runden müssen wir gehen, hat der Einziedler gesagt. Drei. Drei. Drei ist eine magische Zahl. Okay. Was kriegen wir irgendwie... Sagst du, das hat was mit Moondancers Namen zu tun? Ich glaube nicht. Dass er die König der Nacht anbeten will? Ich glaube nicht, weil meiner heißt Royal Potential, Emily. Hm. Aber vielleicht haben wir unsere Friesen auch ein bisschen vernachlässigt in der letzten Zeit. Ja, das kann auch sein. Weil... Die lawilten Pferde stehen ja einfach so im Stall rum. Ja, und ich bin Royal Potential auch schon lange nicht mehr geritten. Und... Das tut mir jetzt auch leid. Mhm. Hat's bei dir schon was gebracht? Nee, also ich merke nichts. Außer, dass Moondancer endlich wieder geradeaus läuft. Aber es kommt ja auch erst noch die letzte Runde gleich. Ja. Aber es sieht im Moment noch nicht so aus. Ich weiß es nicht. Vielleicht zaubert uns die Göttin der Nacht dann auch einfach zurück. Sondern wenn wir zu ihr beten und... Ich hoffe es so, liebe Göttin der Nacht, bitte. Und wenn wir das Ritual vollführt haben. Gib uns unsere Pferde zurück. Haben wir jetzt schon drei Runden? Ja, das ist die letzte hier. Aber was haben wir gemacht, um sie gegen uns aufzubringen? Ich verstehe es nicht. Blackie, 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 es passiert was. Es passiert was. Es passiert was. Oh mein Gott, Blackie. Blackie, Blackie, Blackie. Es hat geklappt. Du bist... Du hast dich zurückverwandelt. Ja, du musst in die andere Richtung, Blackie. Ach, verdammt. Ja, du musst gegen den Uhrzeigersinn. Das war's. Gegen den Uhrzeigersinn. Mein Royal Potential ist zurück. Er ist zurück. Und ja, er freut sich. Gibt mir noch eine Minute, dann habe ich die Runden vollständig. Er freut sich. Wir kuscheln gleich für die Liebe erstmal, während die Blackie noch versucht, ihren Kleinen zurückzubekommen. Ah, du bist... Ich denke mir, dass es Moon bald besser geht. Ja, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und du musst einfach, glaube ich, ganz fest dran glauben. Ja, es hat geklappt. Yay! Als ich durch den einen, durch die Wurzel durchgeritten bin. Ach, wunderbar. Wir haben unsere Pferde wieder. Also, wenn auch eure Pferde an der mysteriösen Krankheit leiden, dass ihr sie nicht mehr sehen könnt, dann reitet einfach dreimal um den Steinkreis und dann klappt es wieder mit euren Pferden. Ja. Dann war es das aber auf jeden Fall bei uns mit unserem Hilfeschrei, denn wir haben Hilfe bekommen. Und falls ihr auch Hilfe braucht, dann schreibt es uns einfach mal in die Kommentare, ob ihr das Problem auch hattet oder nicht. Weil das ist schon komisch gewesen, oder? Ja, das war auf jeden Fall sehr mysteriös, aber wir haben unsere Frieden endlich wieder zurück. Und wir sind noch ganz gesund. Yay! Dann bis zum nächsten Mal. Servus! Tschüss! So, hier ist wieder die Sandy und die Blackie. Ja. Ich hoffe, euch hat unser kleines Video gefallen, Leute. Ihr habt wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen. Falls nicht, dann sagen wir es euch jetzt. Die Friesen haben so ein kleines Problem, Leute. Es ist so ein kleiner Bug, den Star Stable aus Versehen ins Spiel gebracht hat. Wenn man den Friesen Gamaschen anzieht, dann werden die unsichtbar. SSO hat schon gesagt, Leute, wir lassen euch diese Woche den Spaß. Ihr könnt die ganze Woche jetzt mit den Friesen rumlaufen. Und es sehen auch andere Spieler eben dann die Friesen nicht. Ihr könnt quasi auch fast komplett unsichtbar rumlaufen. Natürlich bis auf die Mähne und den Schweif. Wenn ihr im Wildpferdemodus unterwegs seid. Und nächsten Mittwoch wird es dann gepatcht. Und dann wird es nicht mehr möglich sein. Wir fanden es jetzt einfach super lustig, uns eine kleine Geschichte dazu auszudenken. Und ja, falls ihr auch um den Steingreis rum reitet, dann schreibt es doch in die Kommentare. Taggt uns auf Instagram. Und dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke bis Zuschauen. Servus. Tschüss.